Mein Name ist Simon Mühe und ich arbeite bei IHV als Applikationsingenieur für Otto-Motoren. Wir arbeiten auch immer an Zukunftsthemen. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Optimierung des Autos, zwischen einem emotionalen Fahrzeug, aber gleichzeitig wichtig auch alle Vorschriften einzuhalten und die Emissionen zu verringern. Diesen Spagat versucht man immer irgendwie zu überbrücken. Wir sind überall unterwegs. In der Kälte, wir sind in der Hitze, wir sind in der Höhe. Das gehört dazu. Das Auto wird nicht nur an einem Ort verkauft, sondern an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Und da müssen wir natürlich immer gucken, dass es auch in allen Bedingungen richtig funktioniert. Man lernt über die Jahre natürlich auch Kollegen intensiver kennen, mit denen man zusammenarbeitet. Und da entwickeln sich auch Freundschaften. Perspektiven gibt es bei IHV immer. Im Moment bin ich mit der Arbeit, was ich mache, sehr zufrieden und würde es auch weiterempfehlen. Eben nicht nur am Schreibtisch zu konstruieren, sondern eben auch das, was man am Computer macht, auch umzusetzen, in den Motor reinzuhören und wirklich die Interaktion direkt mitzubekommen. Das ist eine spannende Tätigkeit, abwechslungsreich, mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich speziell kann jetzt für meinen Bereich und für die Motorapplikation auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck weitergeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ... ... ... ... ...